Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Momentan traden wir bei ungefähr 16.800 US-Dollar. Wenig Veränderung im Chart, zumindest nach dem gestrigen Video. Trotzdem, es hat sich über Nacht noch mal einiges getan. Wir haben ein tieferes Tief bekommen. Neue Trades wurden ausgelöst. Werden wir jetzt alles im heutigen Video besprechen. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne die Glocke aktivieren und kommt gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe. Aber auch gestern wieder gab es ein Signal, Take Profit 1 wurde erreicht. Wie wir jetzt hier weitermachen, das werden wir uns jetzt auf jeden Fall zum Video anschauen. Und jetzt genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan 16.800 US-Dollar. Wir sind gestern erst ausgestoppt worden. Habe ich ja gestern die Signal- und in die Talk-Gruppe reingeschrieben. Ausgestoppt auf Entry, aber dann wieder eben noch mal den gleichen Trade noch mal aufgemacht. Und das hatte den Aspekt, ich habe den Ganzen irgendwie nicht getraut, dass das jetzt irgendwie schon das Ende war. Klar, wir sind jetzt noch mal hier in den Bereich der 16.260 gefallen. Trotzdem, Bullish Divergence, Volumen war sehr, sehr gering. Also hat nicht wirklich für einen weiteren Abverkauf gesprochen. Deswegen auch wieder dieses neue Setup. Und auch hier wieder perfekt in die 1-Stunden-Supply-Zone reingekommen. Das heißt, erster Take Profit ausgelöst, Stop-Loss-Entry. Und jetzt schauen wir uns das alles mal ganz in Ruhe an. Wir haben weiterhin eben hier oben diese 1-Stunden-Supply-Zone. Auch direkt am 0,236er hier oben in der Nähe haben wir weiterhin als Widerstand. Wir sind aber übergeordnet weiterhin hier unten am Golden Pocket. Also konnten hier schön erstmal halten. So, blicken wir mal ganz kurz auf den Daily-Chart, wie es da aussieht. Wir hatten einen Daily Close darunter, so wie es aussieht. Wir hatten einen Daily Close darunter. Unter dem Golden Pocket wurden aber jetzt, wie gesagt, sehr schnell wieder aufgekauft. Also auch hier wenig Änderung. Die 1-Stunden-Supply ist einfach momentan das Maß aller Dinge. Da müssen wir rüber. Schaffen wir es darüber. Über 17,2 bis ungefähr 17,7, das haben wir ja gestern schon angesprochen, wäre dann das nächste Ziel. Dann, kurzer Blick in unseren Traders-Reality-Indikator. Auch hier schauen wir mal ganz kurz. Wir hatten eben dieses, in Anführungszeichen, Fake-Out nach unten hin. Wir hatten in den ganz, ganz kleinen Timeframes, also 15 Minuten, eine schöne lila Vector-Candle. Und im 4-Stunden-Chart, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wir befinden uns jetzt hier eben wieder in dieser Psi-Range. Und normalerweise haben wir es bis jetzt immer so gehabt. Wir bilden einen doppelten Boden. Das wäre hier eigentlich ganz schön mit einem Lower-Low. Und dann bekommen wir eben diese drei Impulsschritte nach oben hin noch. Und das wäre jetzt eben noch die nächste Möglichkeit. Wir sind jetzt, wie gesagt, erstmal hier bei den 17.000 US-Dollar oder 16.800 US-Dollar erst einmal zurückgewiesen worden. Alles nicht so schlimm. Die nächste Impulswelle sollte dann aber da drüber kommen. Beziehungsweise auch mit einem Close. Mindestens ein Stunden, besser wäre vier Stunden. Darüber schließen, damit wir eben so die nächste Welle nach oben hin starten. Retest vielleicht nochmal und dann die 17,2. Und im Best Case natürlich die 17,7 testen. Und das wären jetzt erstmal so die Fahrpläne für weiterhin für unsere Long-Position. Mehr gibt es hier momentan zumindest nicht zu sagen. Ich habe noch eine weitere geplant. Die würde ich dann hier unten. Da unten ist diese 1 Stunden Demand-Zone. Seht ihr hier ganz unten. Und wir haben hier noch so eine kleine Lücke. So eine minimale Void-Lücke. Die hätte ich gerne noch gefüllt. Und das ist so momentan eben nochmal so dieser zweite Entry. Das heißt jetzt momentan die Position, die wir eben hier gepostet haben mit den 16.600 US-Dollar. Take Profit 1 erreicht. Stop-Loss Entry. Und jetzt der nächste Trade wäre ungefähr bei 16.200 US-Dollar. Warum? Einerseits, was ich euch gerade erklärt habe. Wir haben hier noch eine ziemlich große Lücke, die meines Erachtens noch gefüllt werden sollte. Wir haben einen Tief mit sehr, sehr viel Abverkaufsvolumen. Klar, das Short-Volumen ist schon wieder raus. Aber trotzdem hier unten werden sehr viele Long-Positionen eröffnet worden sein. Deswegen so um die 16.260 US-Dollar mit einem Stop-Loss. Auf jeden Fall hier in dem Bereich der 15.600 US-Dollar. Warum? Wir haben hier unten noch den Vektor. Der ist noch brandgefährlich. Und den möchte ich eigentlich noch gefüllt haben, bevor wir hier höhere Kurse sehen. Oder man kann zwei Entries machen. Das heißt, wir machen einerseits eben hier diesen Entry bei diesen 16.260 US-Dollar mit einem Stop-Loss. Entweder hier bei 16K. Genau. Und dann den zweiten Entry erst bei 15.8 US-Dollar. Um einfach diese Lücke hier dazwischen einfach überhaupt nicht mit ins Management mit einzubauen. Müssen wir aber mal gucken. Das werde ich mir alles noch in den nächsten Stunden dann überlegen. Werde ich dann auf jeden Fall in die Telegram-Gruppen nochmal reinposten. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, hat sich wenig getan. Wir müssen einfach über die 17.000. Die 17.000, mit denen fällt alles. 17.000 US-Dollar, wir kommen drüber. Ein Stunden, vier Stunden mit einem Break drüber. Also wirklich einem Close drüber. Dann ist es gut. Dann können wir wirklich die 17.700 US-Dollar angreifen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich doch nochmal ein tieferes Tief sehen. Auch wenn wir hier eine Bullish Divergence haben. Aber gut, müssen wir mal schauen. Vier-Stunden-Chart. Auch mal ganz kurz der Blick. Auch hier Bullish Divergence, die momentan sehr, sehr gut ausspielt. Also für mich momentan Turnaround Tuesday, False Move Monday, den wir gestern hatten. Turnaround Tuesday heute. Könnte gut dafür sprechen, dass wir noch höhere Kurse sehen im Laufe des Tages. Gut. Dann Blick zu Ethereum. Auch hier wurde eine lange Order. Die müsste ich glaube ich auch in die Gruppe gepostet haben. Ich bin mir aber nicht mal sicher. Eine lange Order endlich abgeholt. Auch hier vier Stunden Bullish Divergence. Wir hatten vier Stunden Close über diesen Tief, was wir hier drüben hatten. Also gutes Zeichen. Swing-Failer-Pattern. Heißt einfach kurz nochmal alle ausgestoppt und dann doch die Trendrichtung geändert. Gefällt mir gut. Entry war hier die 1.153 US-Dollar. Stop-Loss Entry. Take Profit 1 und 2 jetzt erst einmal erreicht. Und hier müssen wir jetzt erst einmal einen Blick halten, wie wir uns hier oben in dieser Marke zwischen 1.210 und 1.218 verhalten. Haben wir ja gestern schon darüber gesprochen. Das wäre so die Marke, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir hier erstmal nochmal so einen kleinen Turnaround nach unten hinkriegen. Zumindest in dem Bereich der 1.190 US-Dollar hat einfach den Aspekt. Auch hier ganz kurzer Blick. Wir haben hier einerseits unsere kleine 1-Stunden-Demand-Zone. So haben wir das gestern eingezeichnet. Wäre so das Wunsch-Szenario. Ansonsten ganz kurzer Blick in die Vector Candles. Jetzt auch mal lohnenswert zumindest. Wir haben Daily Open hier unten bei 1.167. Keine Vector Candles auf einen 1-Stunden-Chart. Gutes Zeichen. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu dem Volumen, was wir ja auch in dem Beginner-Guide gelernt haben. Wir haben hier mit dieser Candle sehr, sehr viel Volumen. Das würde also sehr, sehr gut passen, wenn wir einfach hier nochmal runterkommen. Vielleicht sogar ein bisschen tiefer in den Bereich der 1.188. Und dann eben Welle 2 nach oben hin starten. Die könnte dann mit sehr, sehr viel Glück hier wirklich bis auf 1.270 US-Dollar starten. Muss jetzt nicht in einer Candle sein. Wie gesagt, ihr kennt es bei Traders Reality. Wir haben normalerweise einen Push, den zweiten Push und dann eben nochmal den dritten Push. Und dann hier oben würden wir ein perfektes Doppeltop genau an unserem Golden Pocket bilden. Würde dann natürlich zu Bitcoin passen. Mit den 1.177 haben wir ja auch gestern drüber gesprochen. Und das wäre momentan zumindest der Fahrplan. Gut, also Ethereum abgehackt. Ethereum erst einmal gut. Rücksetzer jetzt erst einmal abwarten. Vielleicht hier nochmal so einen kleinen Entry hier kriegen für eine neue Long-Position. Müsst ihr mal gucken. Vielleicht werde ich euch da später auch nochmal so ein kleines Setup reinposten. Ansonsten, XRP hat sich gut geschlagen am 0.786. Daily Close war drüber. Wichtig, Ineffizienz jetzt erst einmal geschlossen. Gutes Zeichen trotzdem. Ich möchte hier mindestens über den Bereich von 0.3524. Hier oben liegt die 1-Stunden-Supply-Zone. Und die möchte ich am besten noch holen. Wenn wir da zurückgewiesen werden, sieht es nicht gut aus. Und wir können wahrscheinlich hier erst einmal diese Gegenbewegung vergessen. Update zu IOTA. Habe ich euch ja gesagt in dem Video am Freitag, dass ich mir die Orders ein bisschen vor diesen 0.15 legen werde. So wahrscheinlich bei 0.16. Und damit wurde meine Order jetzt auch getroffen. Also ich bin mittlerweile jetzt minimal in IOTA drin. Die ersten Orders wurden getroffen. Werde ich mal gucken, wie lange ich da drin bleibe. Also entweder wird das was kurzfristiges, was langfristiges. Aber nachdem ich letzten Freitag das Video darüber gemacht habe und wir jetzt auf den 1-Stunden, auf den 4-Stunden, auf den Daily erst einmal Support haben, bin ich jetzt hier erst mal in IOTA rein. Also gefällt mir momentan zumindest ganz gut. Wir kommen dieser Box immer näher. Trotzdem Risiko ist weiterhin da, dass wir noch in diesen 0.15 US-Dollar-Sendbox reinfallen. Aber wir haben dann hier sehr, sehr viel Support von damals noch. Ist zwar risikoreich. Ich werde auch gucken, ob ich da ewig lange drin bleibe in dieser Position. Muss ich gucken, wie sich so dieses ganze Chartbild oder so dieses Gesamte ändert. Weil wir bei Bitcoin weiterhin davon reden müssen, dass wir immer noch ein Lower Low bilden. Kann auch sein, dass ich mich hier oben, sobald wir die Ineffizienz bei ungefähr 0.19 rausnehmen, dass ich da oben dann vielleicht wieder alles verkaufe. Und nochmal auf den Rücksetzer in die Region um 0.15 US-Dollar-Send abwarte. Aber wie gesagt, da werde ich euch alles natürlich dann noch weiterhin updaten. Entweder in einem Video, was dann wahrscheinlich am Freitag wieder kommt. Oder dann natürlich auch in der Telegram-Gruppe. Also gerne reinjoinen. Dann noch ganz kurz zu den News. Steckt Grayscale in Schwierigkeiten. Ja, der Grayscale Bitcoin Trust ist ja glaube ich mit momentan 47% Discount und so. Also die Leute ziehen ihre Kohle da raus. Beziehungsweise ja, ob die es jetzt wirklich zahlungsunfähig ist, wird sich meines Erachtens zeigen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Aber gut, warten wir es einfach ab. Wir haben weiterhin einen Bärenmarkt. Der FUD ist weiterhin da oder es kommt immer immer mehr. Deswegen alles schön auf den Ledger ziehen oder auf die Bitbox. Damit macht ihr nichts falsch. Weiterhin Bitcoin akkumulieren macht ihr nichts falsch. Und das war es von meiner Seite. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen. Abonniert den Kanal. Gruppen joinen. Und ja, das war es von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns dann, ich glaube heute Nachmittag nochmal. Ich weiß nicht, heute Nachmittag muss noch ein Video online kommen. Bis dahin. Ciao, ciao. Schönen, angenehmen Tag. Kommt gut auf jeden Fall in den Tag. Und das war es von mir. Ciao, ciao. Und stay crypto. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.